Jo, hässlich, was ist los, Mann? Soll ich auf den Sack gehen? Da kannst du eh nichts machen, Psycho Andreas, weil... Du kommst eh nicht so schnell hinterher. Also so ein 12-jähriges Pisschen kriege ich wohl noch. Na, Gott, mal, weil da ein 100-Meter-Sprint hin liegt. Ich bin so vor, Mann. Ich bin so vor, Mann. Alter, es pickt sich aus, er fackt sich aus, er rastet aus, das kleine Pisschen rennt weg, er läuft hinterher, er kann nach 3-Meter und 5-Meter, er klappt zusammen. Das ist nicht Wahnsinn. Und das kleine 12-jährige Kind macht einfach so L-Dance-Stun. Vertraue mir, ich kriege den, dafür habe ich noch genug aus Dauer. Einfach L-Dance-Stun, ey. Vertraut mir, den kriege ich noch, dafür habe ich genug aus Dauer. Aber nicht mit einem Knoppers in den Mund. Also, das Problem ist halt so, nach Treppen würde ich so kritisch mit der Ausdauer. Da funktioniert das ja schon, dass es auf 120 liegt. Auf Ergraden ist das vielleicht kein Problem, aber sobald eine leichte Steigung kommt, ist es vorbei. Da ist vorbei. Da ist die Kurve zu stark. Dauer wurde gebootet, oder wie? Mhm. Ach, Digger. Dann hierhin. Hast du einen Trampo? Nö. Wieso links der Bus ist doch noch besser. Da wurde aber gebootet. Nein, der andere wurde. Der Bombsgarten, meinst du? Der, der wurde. Nein, der wurde nicht, der andere, da ist doch noch Streifen zu sehen, Mensch. Der hat geleuchtet, mitschiert, der wird benutzt. Ja, aber der ist doch gleich wieder fit. Ja, aber sind immer noch Gegner. Die sind gerade hochgepimpt. Ja, Böntner will, dass sich Andres sterben tut. Ey, komm doch, sich Andres, lauf ins mich, ja. Nicht ins geschlossene, das geschlossene macht ja keinen Schaden. Jetzt muss der Fetty wieder hier rumrollen und euch carry alle. Ja, die Fresse mach endlich. Oh, mal, der Upload für dich, du Wichser. Aber der Fetty ist dafür nicht gemacht. Ja, Fetty. Check, komm her. Das Halal. Lauf einfach weiter, Junge. Mach doch keine Faxen. Mann. Wenn er einmal im Mittelpunkt steht, ist er gleich abgehoben, weißt? Ja, aber sowas von mal. Alter. Der kann doch nicht mal einen Baum vorbei laufen, was hast du gesehen? Ich hatte immer meine Kontrolle auch danach nicht. Du sollst die Kontrolle auch in der Hand behalten, Mann. Mann, Alter, brauchst du den Kontrolle, Alter. Du sollst die Kontrolle nicht mit deinem dritten Bein führen. Ich habe das schon allein gelaufen. Hast du eine offene Stelle? Wer hat das eine offene Stelle? Du hast doch gesagt. Ich habe gesagt, ich hatte das Schnellmenü offen, damit der alleine weiterläuft. Ja, ich auch. Mann, 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 ey. Mann, Mann, ey, zieg dich so rum, mit, ja. Und jetzt. Wo waren die Minis, Mann? Ich habe sie vor den Van gedroppt gehabt. Hättest markieren müssen, ich habe sie keine gesehen. Ich auch nicht. Hätten wir selbst geschafft, hätte ich nur noch besser mit Blue Light versorgt. Ich habe sie euch vor den Scheißwellen gelegt. Ich bin sensibel. Und herzkrank. Wurder Scheißegal. Ich gehe jetzt Rainbow spielen. Tschüss. Ich bin mit Brinny der Messe. Gut nach. Ach, schön. Zieht er wirklich durch? Ja, ich bin sicher. Ja, ist er durchgezogen? Hat er durchgezogen? Ja, ich bin nicht. Doch, Verbindung mit drin. Ihr habt ihn, das ist doch ein Brä. Habe einen. Was macht er denn? Ich habe ihn. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch. Aaaaaaah! Tschüss! Hahaha Ich hab nur gesehen, wie er ganz langsam losrollt. Hahaha Voll du die Alme! Voll du die Alme! Geil! Das klipp ich da! Was sag ich denn da? Alles gut, ist du geborenst? Okay! Bist du dumm oder was? Oh Gott ey, ich krieg das Safe nicht hin. Hau raus! Alles gut ist doch Geburtstag. Es hört sich eher an wie ein Monster. Ja, bist auch ein Monster. Passt ja dann. Das ist zu dicker, Alter! Was erzählst du denn? Nicht einmal! Was? Nicht was! Was? Das ist zu dicker. Ja, das ist das zu dicker.